So meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppechen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shanty and the Pirates Girls. Ja, wir neigen uns... Oh, erstmal nimm zwei Vitamine und Naschen. Lecker. Ja, wir neigen uns dem Ende zu. Ich hab zwischendurch nochmal ein paar Herzen abgefarmt. Und bin jetzt mit diesen Tentakel... Tentakel. Ekelhaft, Mann. Ähm, mit den Herzzintenfischchen bin ich fertig, wie man sieht. So, breit abzulegen. Super. Ähm, hab auch nochmal ein bisschen schwarze Magik gefahren. Also hier, das ist jetzt fertig. Die Spuckinsel ist fertig. Die Spinnennetzinsel ist fertig. Ähm, die Bräunungsinsel, da muss ich nochmal abgrasen. Und die Schlammpampeninsel. Ähm, Frostbeuleninsel ist dafür durch. Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich muss mir jetzt nochmal eine kurze, ähm... Dingsbums machen. Genau, Bräunungsinsel und Schlammpampen... Insel. Die brauche ich, die brauche ich noch. Die Frostbeuleninsel ist durch. Super. Ei, ich gucke einfach nochmal, ob ich da mal auf die Schnelle jetzt was finde. Ansonsten muss ich mir das nochmal reinziehen. Und ja, gucke ich einfach mal so. Ähm... Vielleicht kann ich das eigentlich auch auf dem iPad aufmachen. Aber hier ist nichts zu finden, ne? Nee, hier ist nichts zu finden. Okay. Rennmädchen! Yo! Ich glaube, hier laufe ich demnächst einfach ein paar Mal durch, wenn ich ein bisschen Kohle farme. Super! Mh... Oh, du elende Ratte! Ah, Mann! Finde ich cool, wie sie die Kanone reitet. Boom! Mh... Lass mich mal ganz kurz überlegen, wo könnte man denn noch so ein Vieh herkriegen? Boah, Leute, da bin ich echt ein bisschen überfragt. Ich gucke mich einfach noch mal im Palast um, aber ich glaube... Ich glaube aber, im Palast ist nix. Warum habe ich denn so wenig Leben? Ja gut, die treffen halt gut und werden auch stärker mit der Zeit. Nee, hier ist nix. Na gut. Mh... Bin jetzt gerade noch so ein bisschen am Gucken. Ich habe Chanté, ähm... zur Recherchezweck noch mal ein bisschen leiser gemacht, aber ich habe so das Gefühl, dass es euch nicht so... stört. Ansonsten muss ich das wirklich nochmal aufs Kinn machen. Mh... Mh... So. Vielleicht kann ich hier den ganzen Geschiss jetzt mal rückwärts machen. Nee, kann ich nicht. Okay. Mh... Ei, ei, ei. Mh... Ist da überhaupt im Palast etwas... Also einen habe ich im Palast gefunden. Ansonsten gucke ich da nochmal nach. Ah, es fehlt auch wirklich nur einer. Das ist immer saunervig bei denen gerade. Und was ich auch so ein bisschen abfuckte, ist, wenn ich jetzt anfange, mich hier zu konzentrieren. So, weg mit der ollen Zippe. Hier gibt es nichts. Hier komm... Hier habe ich auch schon mal geguckt. Super-Monster-Milch. Wunderbar. Das ist doch schon mal was, hm? Schanty-Mäuschen. Alter, was geht denn hier ab? Nee, hier geht nichts. Schade. Gut, ähm... Ach, was ist denn mit dem los, ey? Hier geht es auch nicht weiter, ne? Doch, hier ging es zu einem, aber den habe ich schon. Okay. Ähm... Dann muss ich wirklich nochmal gucken. Vielleicht im Dungeon. Okay. Ah, ich verstehe. Okay. Ähm... Na, habe ich schon abgefahren. Komm. Weißt du was? Ähm... Ich nehme den nächsten Part zurecht und dann gucke ich mir das Video... äh, gucke ich mir nochmal ein bisschen Video-Dingbums an und dann... Ähm... Fahre mich das einfach fertig, sodass wir nur noch den letzten Part machen müssen. Also bis dann. Haut rein, Joey. Alter. Einer fehlt mir noch. Alter, ist der mies versteckt. Oh, ihr Säue. Ihr dreckigen Ratten. Oh, das ist ja gemein. Ähm... Ja, bin zurück und ich habe mir gedacht, dieses miese, dreckige Versteck. Das werde ich euch zeigen müssen, ey. Das geht ja mal gar nicht, ey. Boah. Ist das gemein. Hier, runter. Okay. Oh, ist das mies. Ist das eine miese Stelle. Oh, herrlich. Oh, ist das ekelhaft. Wie soll man denn da drauf kommen? Oh, ist das eklig. Es ist so eine ekelhafte Stelle. Boah, Leute. Nee, ey. Ja gut, man kann es genau erkennen. Das stimmt schon. Ähm, hier zum Beispiel. Überall ist ja Todesdingsbums, nur hier nicht. Das macht Sinn. Aber es ist trotzdem ein mieses Versteck. Also es ist nicht unfindbar, aber es ist echt mies. Boah, Leute. Da habt ihr mir einen reingesetzt. Da habt ihr mir echt einen reingelümmelt, ey. So, warte mal. Ich habe doch jetzt von allem richtig viel. Ja, Autotrank und Supermonster Milch fehlt noch. Ansonsten habe ich alles neu. Super. Dann würde ich sagen, haue ich ab. Einfach durchgezogen. Du machst auch immer mehr Schaden, ne? Wenn du da so ein Dingsbums reißt. Boah. Ist das gemein. Bräunungsinsel abgelegt. Super. Das wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Ähm, ich gucke bei dem Video weiter und wir sehen uns dann bei der Schlampampeninsel, wenn ich weiß, wo die nächsten sind. Ähm, ja, das kann man ruhig nochmal ein bisschen so machen. Dann nehme ich das ein oder andere mit. Ich habe das jetzt nicht komplett gemacht auf Video. Wie gesagt, bei Interesse verlinke ich das nochmal. Aber, ja. Frostbäuneninsel habe ich ja alles zusammen. Super. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die zwei Dinger und dann sind wir soweit fertig. Ähm, bis... Ja. Ich brauche ein paar Minuten bei euch. Bis gleich. So, und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Schnittibus. Ähm, ja. Ähm, hier fehlen noch zwei von diesen Dingern. Da kam ich erst nur mit der Kanone hin. So, direkt drauf. Dann ist der Typ auch Geschichte. Nee, ich will den Tanz. Tanz. Ja, super. Sieht man natürlich jetzt nicht. Äh, wunderbar. Dann haben wir die schon nochmal. Ähm. Bäm, 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 bäm. Sekunde. Dann mache ich hier mal kurz Pause. Ähm, ähm. Und dann gucke ich mal, wo das nächste ist. Ähm, dann, 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 dann. Okay, dann hier runter. Dann nach rechts. Dann hier durch. Und dann nach links. Okay. So. Ne, ich mache das jetzt, weil das geht halt wirklich schnell. Ich habe nämlich keine Lust, da ständig irgendwie sekundenweise hier so rumzueiern. Ach, drauf geschissen. So, ähm, Sekunde. Ja, sind jetzt noch ein paar Minuten, von daher. Ähm, bäm, 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 bäm. Das ist fertig. Tatsache, ernsthaft? Das habe ich vergessen. Gut. Ähm, Sekunde. Ähm, Sekunde. Ah ja, dieser Schalter. Hier war am Anfang nichts. Und wenn du den Schalter bedienst, dann kommt er hier raus. Dann sollten wir eigentlich alles fertig haben. Tanz Mädchen. Super. Wunderbar. Und da geht es auch schon gleich wieder los. Na gut. Wir haben jetzt alles. Bis dahin. Macht's gut. Bis gleich. So. Weiter geht's. Ähm, boah, ja. Da muss ich echt nochmal gucken, wie ich die Dinger zusammenschneide. Und schön raus hier. Dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen. So. Ähm, ja, komm. Können wir nochmal speichern. Dann haben wir alles. Freunde. Los geht's. Dann können wir zum Grab gehen. Bin mal gespannt, wie lange das noch läuft. Aber das Spiel müsste jetzt relativ nah am Ende sein. Ähm, nehm ich mal so eine Piratenfackel. Yay. Ah, ich find's immer... Ich find die Mimik von der richtig cool. So. Schlamppampeninsel. Die Frostbäuleninsel. Bräunungsinsel. Spinnennetzinsel. Spuckinsel. Shuttle Town. Super. Mh. Will ich vorher hier... Nö, komm. Jetzt.